Erstmal total genial, dass ihr bei einer Woche so eine geniale Rückmeldung war. Wir sind jetzt hier über 80 Fans sogar, 67 haben wir gesucht. Wir haben jetzt hier 83 Fans aus über 35 Fanclubs, die heute dabei sind. Da erstmal ein Applaus an euch selbst. Für mich als Fanbetreuer von Eintracht sind das genau die Tage, die wir brauchen und ich glaube auch die Aktionen, die Eintracht und unsere Fans so einzigartig machen und auch besonders. Mein Name ist Christian Skolik. Wolfsdienst! 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 Wolfsd Stimmungstechnisch war es auch cool und ich denke, alle haben auf jeden Fall viel Spaß. Das war geil! 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 Okay, Cut!